Nicht wieder, ich guck mal kurz was. Und zwar im Playstation Store. Vielleicht hat sich da was getan. Könnte ja sein, ist aber ja sehr unwahrscheinlich. PS Plus Paket. Warte. Fortnite. Angry. Also bei Fortnite im Banner ist jetzt dieses Winkender Benny Boy zum Battle Pass. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Jetzt vor... Warte. Warte, warte, warte. Das kann jetzt nicht... Untertitelung des ZDF, 2020 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 also nicht von Fortnite, also wenn du es in Fortnite einen Livestream angucken kannst ich guck mal mal bei jemand andern ich kann doch wetten, dass die ja was passiert wohl wenn ein Spieler den Couter von 100.000 erreicht hat überlegt mal was passiert was wäre da schon wahrscheinlich es wäre wahrscheinlich dass dann die neue Season startet weil sonst glaube ich würde es keinen Sinn ergeben warum die das jetzt reinballern weil nur zum Zeitverbot hat er dann guck mal lieber auf Insta oder so mal sehen die gut warte dann probiere ich meine Tastenkombi weil die habe ich auch eben gemacht Tastenkombi und ist es nichts passiert nichts gefälbt es gibt verschiedene Tastenkombis überlegen wir mal vielleicht kommt ein Fev rein vielleicht ein Saas hallo hallo oh ich höre was Digga mein Handy was ist mit dem Mikro los du hast du jetzt da nämlich so viel Digga ok machen wir mal machen wir mal ne Tastenkombi ich guck nicht hin ich guck nicht hin ich guck jetzt nur auf den guten Christis Kommentar Christi das stimmt nicht so also also bei mir ist das schwarze Loch aber du sollst irgendwie in einem Minigame kommen das schwarze Loch locker seit 20 Minuten schon Digga ne du sollst ne Tastenkombi machen können wie du habe ich doch hoch hoch und dann glaube ich nur hoch hoch links hoch hoch links ja äh mit den Pfeiltesten Christopher oder mit den Sticks hoch hoch links ich bin auch dumm hoch hoch links ja frag ich mich auch grad ich probier mit Sticks und allem hoch 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 links irgendwie so irgendwie so ja das habe ich auch bei PC gesehen auf Playstation funktioniert glaube die Tastenkombi für Tastatur nicht auf PC ist es glaube hoch hoch runter runter links rechts links rechts B A Enter ich glaube auf PC bin mir nicht sicher ne aber der guckt im stream grad ich stream stream grad ne egal das Loch fragt auch ob ich guck grad wegen Infos teils auf Standplay aber der äh hau hau und auch grad nur die ganze Zeit dauer schleifst du die fucking live events Digga aber es hat sich schon verändert ne vorher waren's so okay jetzt geht's wieder ich hab nichts gesagt ich bin mir nicht sicher aber es kann auch sein dass es größer geworden ist gerade der mauszeiger war aber gerade um hat fast das ganze loch ausgefüllt es ist und noch so gut die Elfter wenn ich nicht gut kommt so nächster ob lässt sich gehört ich habe auch mal so wird das hat oder geschützt Das ist einfach Worte. 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 Hoch, hoch, links, rechts, links, rechts, runter Kreis. Hoch, hoch, links, rechts, links, rechts runter. Hoch, hoch, links, rechts, links, rechts runter. Passiert ein Dicker, da passiert ein nix. So einfach. Wegen Reden dies. Wie ist das? Ja. Hoch, hoch. Hoch, 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 links, rechts, links, rechts runter Kreis. Start. Hoch, 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 rechts, rechts, rechts Kreis. Tast. 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 irgendwas kann man ja wenn du mal standards auf youtube was meinst du mit start sagt doch mal was du mit start meint runter kreiskreuz was ist denn start auf dem controller das kannst du aber nicht sein ja aber es muss ja gehen jetzt komme ich noch mal wenn du standards gemein gibt nein und kreis kreiz der zockt mini game Ich hab da die leise Vorahnung 35.000 Punkte hat er, dann sag das doch gleich, Digga. Und noch runter Kreis Kreuz Options, da passiert nichts, runter Kreis Kreuz Options, mach ich doch, Options runter Kreis Kreuz X, runter Kreis Kreuz Options. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schreibe dir das die ganze Zeit in den Chat. Hoch, hoch, links, rechts. Links, rechts, ja. Also links, rechts zweimal, dann runter, Kreis X und dann komm ich da. Da passiert jetzt was. Es wird aufgetaucht. Wer gerade im Stream zuguckt, da ist bei mir um so zwei Striche jetzt. Aber mehr nicht. Die sind jetzt wieder weg. Kreis X Options. Passiert nichts, Chrissy. Chrissy. Hoch, hoch, links, rechts, links, rechts. Hoch, hoch. Links, rechts, links, rechts. Hoch, hoch, links, rechts, links, rechts, unten. Hoch, hoch, links, rechts, links, rechts. Runter, 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 X. Ja, das habe ich jetzt auch schon. Bei mir ist aber was auch getaucht, wo ich die Kombi gemacht habe. Da ist über dem Kreis was aufgetaucht. Zwei Striche. Hoch, hoch, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Runter, runter. Kreis, Kreis, X, X. Hoch, hoch, links, rechts, links, rechts. Hoch, 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 links, rechts, links, rechts, runter, Kreis, X, Options. Ich probiere was. Fuck. Hoch, hoch, runter, runter. Links, rechts, links, rechts. B, A, Enter. Passiert auch nichts, wenn ihr auf der Natur das eingebt. Standards gehört 72.000. Wir werden sehen, was passieren wird, wenn er 100.000 hat. Er hat jetzt 72.000. 146.000. Nochmal. Hoch, hoch, runter, 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 links, rechts, links, rechts, Kreis, X, Options. Jetzt. Hast du's? Ist bei dir auch das Game? Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts. Und Kreis, rechts, 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 rechts Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Purasquee Kannst du mir den Ton weg machen? Dieses Retro-Feeling kommt wieder bei mir richtig gerade auf Und dann geht's Standardsgeld 4500.000 jetzt. Da passiert also nichts. So viel haben wir schon. Hat sich grad hier was verändert? Dreht sich das jetzt mehr, Digga? Ich weiß nicht. Ich hab grad das Gefühl, vorher hat sich das nicht gedreht und jetzt dreht sich das. Doch, das dreht sich. Guck hin. Bei mir dreht zum Beispiel Standardskillie auch. Ich bin schon drin, vergiss es nicht. Im Game. Ich hab hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, Kreis, X, Options. Nein, mit nem Pfeiltasten. Aber ich weiß es nicht. Also, ich hab's mit nem Pfeiltasten gemacht und dann ging's. Das ist Fortnite. Nein, es war ich. Wiedersehen. Aber ich weiß es nicht. Immer Email. inquiry. Es ist dasviazاص. Information. Aufsbertochen. Hier, wer will dein Problem. Danke Chrissy. Hey, mit nem Haus ist das richtig kassipendet, Digga. Stell dir mal vor, es würden jetzt in Kapitel 2 alle Skins gelöscht werden. Bruder, dieser ganz andere Keiner wird vorne einspielen. Okay. Vielen Dank. 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 Bibliothek. Junge. Was bringt das jetzt? Was ist das? Was ist das? Gameplay? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Ah ja? Was ist das? 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 Was ist das?